Hier am Fuße der Durstwüste vor lauter Schädeln, was eigentlich einlädt, zu einem ekligen Tod begrüße ich euch hier, meine lieben Retro-Freunde, hier bei eurem Retro-Julie und zu einem neuen Part von Link's Awakening. Ja, wir stehen hier vor der Wüste, Serdar einlädt auf jeden Fall und zuallererst, ich habe offscreen wieder ein bisschen was gemacht hier. Einmal habe ich mir von Maren die Ballade des Windfisches lernen lassen mit der Ocarina. Damit können wir, ja, noch hat das glaube ich noch keinen Zweck, damit können wir später glaube ich den Windfisch aufwecken, wenn wir alle Instrumente haben. Ich glaube das war das, was das gebrauchen ist, mehr glaube ich nicht, ich weiß es auf jeden Fall nicht. Dann habe ich mir einmal jetzt den Bogen gegönnt, habe ich die Robine ein bisschen geformt und habe mir den geholt. Und einmal diese Gumba-Puppe, habe ich mir auch noch aus dem Kran-Spiel geholt, die wir dann auf so einen Sockel setzen können und zu guter Letzt noch ein Herzteil, habe ich mir auch noch im Kran geholt. Und das dazu, was mich noch gegönnt habe, sonst war glaube ich nichts weiter. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns auf zur Durstwüste und gucken, wo wir jetzt erstmal hin müssen. So, Durstwüste. Ich glaube, ich weiß noch, man muss sich hier irgendwo, gab es hier Treibsand und man müsste sich hier fallen lassen. Irgendwo war das, muss ich selber was mal gucken. Wo verschwindet das mal? Oh, ein Poki. Ah, genau, hier. Wer werkt es, auf dem Sand herunzulaufen, meine Ruhe zu stören? Komm, hier kommt mir noch. Hier kommt so ein komischer Tausenfüßer. Dürfen natürlich nicht hier runterfallen. Weil, ich glaube, dieser Typ packt hier den Dungeon-Schlüssel aus. So, drei, äh, vier Werbeattacken müssten eigentlich ausreichen. Runter müssen wir, glaube ich, so oder so. Ja, ich finde auch mal einen Down. Runter müssen wir so oder so. Lassen wir den mal fallen. Ich hoffe, ich kriege den jetzt auch noch. Oh, eigentlich schon, weil hier gibt es, glaube ich, auch noch ein Herzteil. Da ist er. Du hast den Wunderschlüssel erhalten. Damit können wir den Dungeon da besiegen. Oh, jetzt tun wir erst mal Bomben. Ich müsste mir vielleicht noch mal Bomben kaufen, bevor ich zum Dungeon gehe. Ich glaube, hier müsste ein Herzteil sein. Oder irgendwas. Genau. Wieder ein Herzteil. Da fehlen nur noch zwei. Da haben wir schon mal ein neues Herz. So. Jetzt kommen wir hier raus. Hier gibt es, glaube ich, sonst nichts weiter in der Wüste. Hier könnte aber da irgendein Käfer drin sein. Ne, doch nicht. Oh, Herzen. Ich kann mir jetzt, äh, ich kann mich zwar kurz noch mal umschauen in der Wüste, aber ich glaube, hier gibt es nichts. Die See bringt Wellen, der Schlaf bringt Träume. Beide vergehen am Ende. Ich habe jetzt, äh, keine Ahnung, ob hier noch irgendwas ist. Hier oben sieht es da noch aus. Ich nehme mal eine Schaufel. Wahrscheinlich eine Muschel. Nö. Doch. Eine Zaubermuschel. Und ich habe ja schon geschaut, es gibt 50 Stück von den Dinger. Auf jeden Fall mehr als doppelt so viele wie beim Originalspiel. Ah. So. Hier scheint es mir nichts weiter zu geben. Doch hier oben. Oh, da sehe ich noch. Ich glaube, wir können jetzt, äh, Richtung Dungeon. Aber erst mal kommt der Uhu wieder. Uhu, der Schlüssel hat die Form eines Fisches. Du solltest zum Wassertempel in den Bergen gehen. Dort, wo das Wasser dann verschwindet, musst du nach unten springen. Uhu. Ja, ich weiß, glaube ich, noch ungefähr. Da waren wir auf jeden Fall schon mal kurz. Hier war, wo das Schlüsselloch war. Da können wir jetzt... Gönn mich mir mal einen Apfel. No. So, jetzt hole ich mal. Wir werden das mit dem Teleport gehen. Damit wir uns zum Mövendorf teleportieren können. Ihr seht, das Maren singt mit den Tieren. Da habe ich auch das Windfisch... Ballade des Windfisches gelernt. Jetzt gehen wir mal zum Teleporter. Und zum, nach Mövendorf, zum Rung, Runger Steppe. Runger Steppe. Dann gehen wir mal kurz zum... Mövendorf. Vielleicht finde ich ja... Die Stelle, wo Goomba hin muss. Ne, hier oben ist man lang. Vielleicht finde ich ja die Stelle. Und ich weiß, wir mussten ja oben durch irgendeine Höhle. So, ich weiß nicht. Ich könnte mal hier gucken. Ob hier vielleicht Goomba ist. Irgendwo muss er ja... Muss er ja hin. Hier gibt es auch zwei Socke. Piranha Pflanze. Goomba hier. Jo. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Ist jetzt eigentlich gleich eine neue Figur hier drin. Ich meine, das mache ich jetzt nicht. Aber wir können ja mal gucken. Dann weiß ich, wenn es denn schon mal... Ja, Stachy. Aber das kann ich mir wieder offline erledigen. Das müssen wir jetzt nicht machen. So, jetzt gucken wir mal kurz auf die Karte. Da war auch, glaube ich, ein Herzteil mit, ähm... Hier war ein Teleporter. Eigentlich könnte ich mich hier... Hier könnte ich mich hin teleportieren. Weil da muss ich sowieso hin. Sonst gibt es, glaube ich, jetzt nichts zu erledigen. Ich überlege gerade mal. Außer zum Dungeon zu gehen. Mir fällt jetzt spontan nichts ein, wo ich jetzt noch hin könnte. So, teleportieren wir uns hier hoch. Und man muss, glaube ich... Dann hier nach links und durch diese... Irgendwo hier oben. Durch diese, irgendwo oberhalb, durch eine Wöhle. Da muss ich jetzt nochmal schauen. Auf jeden Fall ist da auch so ein Reisender. Zu denen können wir nämlich auch mal gehen. War das jetzt hier oben? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, schau nicht. Was? Hier? Doch da oben müssen wir hin. Hier ist das Windclub. Hier, ja. Hier. Ne, doch nicht, oder? Ne, Quatsch. Wir müssen das erst mal aufschließen. Und dann müssen wir, ja, hier. Dann müssen wir da hoch. Aber zuerst muss man den Dungeon erstmal... Oh, Mann! Den Dungeon erstmal aufschließen. Das ist hier drüben. Genau. Flitzen wir einfach mal durch hier. Da oben. Da ist schon mal das Schlüssel noch. So. Dann geht nämlich, glaube ich, der Wasserfall weg. Genau, und da öffnet sich hier vierte Dungeon. Müssen wir uns nämlich da unten runterfallen lassen. Und glaub, hier kriegt man auch die Zoraflossen. So, jetzt müssen wir in die Hölle, die ich gesagt habe. Utsch. Jetzt muss ich nur gucken, wie man da hinkommt. Durch den Sumpf. Durch den Sumpf müssen wir jetzt. So. Hier lang. Über den Sumpf. Dann trage ich denn den Fisch nicht, Alter. Hier komme ich auch nicht lang. Oder ne? Muss ich jetzt nur mal lang gehen? Ach, da oben. Ach, die Viecher mag ich auch nicht, ey. Lassen sie uns sowas eklig. Schneller. So, jetzt müssen wir hier hoch. Da, wo die Schleimdinger sind. Der Raubschleim. Und durch die Höhle hier oben. Was mache ich denn? Quatsch, bin ich doof oder so? Ach ja, ich bin aber doch völlig verkehrt. Jetzt bin ich umsonst hier lang gelaufen. Schönen Dank auch. Vorhin habe ich es noch gesagt, durch welche Höhle. Und jetzt werde ich hier trotzdem hier lang. Lü, das hat mich jetzt erwischt. Doniert wird der Fisch, oder? So. Oben lang. Da, wo diese... Die zweite Leiter hier oben. Genau hier. Und hier... Da müssen wir rein. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Aber so weit, wie ich es noch in Erinnerung habe, müsste das der Ort sein, ja. Kackfläder-Mäuse hier. Nein, 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 nicht Unfall. Das ist jetzt schon falsch. Ich hoffe, es ist richtig. Und warum renne ich denn nicht hier? Herz, danke. Ich möchte gerne mit vollem Herzen in den Dungeon gehen. So. Da kommen wir leider noch nicht an. Da brauchen wir... Enterhaken. Habe ich die markiert? Ich glaube schon, wir sind nicht richtig. Andere Seite. So, hier. Wenn ich mich nicht irre, ist doch hier noch so ein Reisender. Da oben, genau. Und hier sind denn, wo wir hin müssen, aber wir gehen mal zu den Reisenden. Weil den kann man, glaube ich... Ähm... Na, sag... Die Ananas geben. Da können wir unser Tauschspiel weiterführen. Und der müsste uns eine Blume geben. Und die müssen wir im Zoodorf, glaube ich... War es im Zoodorf? Wir müssen uns diesen... Mädel geben. Tja, ich habe mich verlaufen, wie ich gesagt habe. Jetzt bin ich so erledigt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hast du zu, wie ich etwas essbares für mich? Jo, eine Ananas. Hm, diese Ananas sieht ja lecker aus. Ich muss sie gleich essen. Lecker, lecker. Ich gebe dir dafür einen schönen Hibiskus. Ich glaube, im Zoodorf war die. Ich glaube, im Zoodorf war die, die wir uns geben müssen. Können wir nach dem Dungeon mal probieren. 200% ich weiß es wohl nicht mehr. Aber ich glaube, im Prinzip schon. Ich würde es bitte nicht treffen lassen. Ich würde, wenn schon, dann schon ohne einen Treffer zum Dungeon. Genau. Wir können ja kurz mal... Ach nee, kommen wir nicht. Ja, das war jetzt dumm. Da kann ich ja so noch nicht hin. Wollen wir erst mal hier runter? Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Oh, ich muss mich... Achso. Da waren wir auf der anderen Seite schon mal. Gut, hier geht es nicht hin. Oder hier zieht es doch. Hier geht es wohl auch raus, oder? Ja, wir gucken einmal. So. Vierter Dungeon. Die... Oder der... Wundertunnel. Der Wundertunnel. Was war das denn nochmal? Auf jeden Fall irgendwas mit Steinen verschieben. So wie das hier aussieht. Erstmal ein Kinn. So, der Stein sieht mir... Ne, ein bisschen komisch aus. Jetzt können wir zwar... Okay, da kommen wir ohnehin noch nicht lang. Also das heißt, auf jeden Fall gibt es hier die Sora-Flossen. Das steht schon mal fest. So, Teil der Macht. Und schon die Karte? Ne, da kommt was. Okay, aber wo heißt es jetzt... Wo komme ich denn jetzt lang? Weil hier komme ich noch nicht durch. Ich habe noch... Ach ja. Okay, hier wird es wohl ein Schlüssel geben. Hier gibt es auch tiefe Stellen, ja. Da muss ich drauf achten. Diese komischen... Wasser-Kriecher hier, oder was das sind sie? Hier drüber. Und den Wasser kriegen wir auch noch platt. Dann geht die Tür auf und dann haben wir uns ein Schlüssel. Normalerweise müsste es ein Schlüssel sein. Das komme ich ja nicht weiter, oder? Genau. Dann können wir nämlich da rechts weiter gehen. Hier drüber. So. War ja am Anfang... Links ist noch eine Kiste. Da war da, wo das... Das tiefe Gewässer war. Nachher kommen wir ja hier drüber. Es gibt auch viele Schutzeichen. So, da kommt man noch nicht hin. Da ist auch noch eine Kiste. Und hier. Komme ich ja auch noch nicht lang. Hier gibt es nichts, oder? Und zwar so kann ich noch nicht. Äh. Achso. Ah, gut, gut, gut. Ich habe nicht gesagt. Wir kommen ja noch hoch. Hier ist nichts. Doch, da ist eine Kiste. Okay, ich habe nichts gesagt. Dann können wir jetzt zu dieser Kiste, ja. Genau. Schlüssel? Schnabel! Okay. Das ist schon mal hilfreich, weil hier weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel mehr von dem Dungeon. Muss ich zugeben. Hier, äh, erinnere ich mich nicht so doll dran. Und was zum Fick? Schlüssel. Normalerweise könnten wir jetzt... Ach nee, werden wir auch gehen. Wir können ja erstmal noch hier lang. Schlüssel? Karte. So, frühe Labyrinthkarte und Kompass ist sehr gut. So. Hier brauchen wir schon einen Schlüssel. Haben wir noch nicht. Da kommen wir jetzt zur Kiste. Hier brauchen wir auch einen Schlüssel. Können wir auch nicht weiter. Hier müssen wir einen... ...Einen Satz machen. Natürlich müssen wir auch richtig Absprung schaffen. Gut. Kann man die Viecher hier mit einem Topf töten? Nee, kann ich mich überhaupt besiegen? Ja, wenn sie stehen. Zu dieser Kiste komme ich auch noch nicht. Dieses Vieh kann ich... Dieses Vieh kann ich... Doch, kann man das nicht mit... Warte mal. Kann man das nicht mit einem Staub bestäuben? So war das auf jeden Fall. Genau, so kriegt man eine Fee. Oh, leider habe ich nur eine Flasche. Aber man kriegt bald, glaube ich, eine zweite Flasche von... Von einem Geist, glaube ich. Von so einem oberen Geist. Das Vieh kann ich noch nicht besiegen, oder? Guck ich da ran? Von da oben doch. Von da oben vielleicht. Aber wenn ihr eine Kiste wäre, hat es schon was an die Zeit. Schade, dass ich nur eine Flasche habe. Wieso? Wie komme ich denn jetzt? Ach, die sind brüchig, oder? Sind die brüchig? Ich glaube, ja, oder? Ja. Müsst ihr nochmal den Schlüssel sohn sein. Genau. So, die Herzen kann ich mir lassen. Die brauche ich jetzt erst mal nicht. Bleibt die Vieh eigentlich da? Sie bleibt da. Ich will das Vieh mal besiegen. Äh. Ja. Ach, oh, 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 na, stopp. Hier komme ich doch hin, oder? Muss ich darauf achten, dass ich die Steine springen kann. Den kann ich in das Wasser schuppen. Genau. Man muss sich auf jeden Fall darauf achten. Sonst verpasse ich hier noch irgendwas. So, jetzt würde ich sagen, wir laufen nochmal... Mal zurück. Müssen wir, müssen wir sogar. So, nee, da hin, genau, da will ich hin. Ah, blöden Stachis hier. Die heißen zwei hier, glaube ich, anders. Die heißen, glaube ich, nicht Stachis. Aber das ist mir jetzt egal. Mann, das ist so ein leichtes Fehler, darfst du dir ja nicht erlauben. So, auf, auf die Kiste hier. Und da rüber kommen wir auf jeden Fall noch nicht. Da kommen wir auch mit unseren Ersatz nicht hin. Nee, nee, niemals. Da müssen wir rüber schwimmen. Die Kotte ist ja sowieso... Ach, die Kotte. Der ist markiert, genau. So, jetzt müssen wir... Ja, aber hier war es. So, jetzt können wir hier aufmachen. Das ist wohl so ein Sensen-Typ hier. Du kannst dich mal verbissen, ey. Da lässt er mich mal durch. Das ist auch kacke. Hallo. Oh, nur drei, Alter. Schlaf mal zu. Nee, geht nicht. Brüchig sind die auch nicht, oh. Nee, da müssen wir hier lang. Schlüssel. Aber auch noch nicht. Doch, er fällt aber leider... ...ins Wasser. Okay. Dann war's das schon mal mit Schlüssel. Den holen wir erstmal noch nicht. Ist das jetzt die Wissi-Wässer? Ja, ist es. Scheiße. Nee, ist kein... Aber es ist... Dieses Scheiß-Feeder. Genau, ertrink ruhig. Und da kann man auch... Nee, schaffst du nicht. Das Funkeln der Platten ist des Rätsels Lösung. Das Funkeln der Platten. Hier, wie gibt's überhaupt noch irgendwas? Mann, ich hab doch... Aber das Funkeln der Plattenkammer jetzt noch nicht, oh. Aber hier komm ich doch auch noch nicht hin. Ich komm erst weiter, wenn ich das Dungeon... ...Item hab. Mann, du gehst mich auf die Eier, ey. Ganz ehrlich. Mann, ey. So. Ist das Dungeon-Item? Nein! Eine Fake-Truhe. Mein Herz immerhin. So. Jetzt muss ich mal auf die Kotte gucken. Nach links... ...oder nach links geht's zum... ...Boss, okay. Gucken wir erstmal nach oben. Ach, das hier. Mit dem... Meiner mit den Platten. Okay. Der vorne ist schon mal richtig. Ja, das weiß ich, wo es das falsch ist. Also hier? Falsch. Hier... Falsch. Okay, da... Das kann ich da auch noch nicht machen. Gut, jetzt hier da oben komm ich... Ja. Da oben komm ich da noch gar nicht hin. Schlüssel. Alter! Da komm ich auch nicht weiter. Müssen wir wahrscheinlich erstmal hier unten nach links... Hm. Schon ein bisschen... Pfff... Hier komm ich überhaupt nicht lang. War hier noch irgendwo ein Schloss? Ah, nicht... Wenig Aufnahme! Wo waren hier noch ein... Da oben waren wir. Da muss ich hin. Da war noch ein Schlüsselloch. Aber zurück. Schütze eigentlich irgendeine Fliege ins Wasser. Nicht, oder nicht. So, jetzt müsste... Kommt wahrscheinlich... Inzwischen was. So wie ich das hier sehe. Ja. Ach, das wie? Das läuft doch immer nur im Kreis, oder? Okay. 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 Wie kriegt man das denn jetzt, ey? Das müsste man wohl... Oder kann man das irgendwie... Achso. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist. Ich glaub es auch nicht, dass ich das... Dreh um. Ich glaub, wenn du so komisch... Abbremst, dann. Nun dreht er nicht um. Komm her jetzt hier. So. Alter, wie fühlt denn der aus, ey? Aber es muss auch bestimmt einfach... Taktik geben hier. Was? Ja, so. Ja, warum war ich es nicht gleich so? Immer auf der Ecke schlagen. Da haben wir... Haben wir doch... Dummer eingestellt, als es war eigentlich. Aber am Anfang war nischt, oder? Da war ne Kiste, aber da kommen wir noch nicht hin.